hallo und herzlich willkommen hier bei ich hab die webcam nicht an so bei den survival games wollte ich sagen zusammen mit dem herr blaze hallo und der sunny hallo ich könnte auch meine webcam anmachen eigentlich und dem raser ich bin links neben dir ich sehe dich ich habe gerade in der aufnahme so ein schwarzes kästchen gesehen und dachte mir webcam hatte ich gar nicht an ich musste auch gerade erst umstellen ich hatte die falsche zähne an gab jetzt auch gerade erst mal bei mir schlecht ist nochmal zwei links neben dir so wie ich nehmen so wie du neben mir ist links neben dir aber bei sich hier auf den server gibt es keine safe time also ich habe keine ahnung die poolen sich direkt also rennen wir nicht in die mitte wir rennen direkt hinter die rausholen sich direkt ja 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 also wenn wir nicht in hardcore pooler ich bin der sunny ja und vor mir ist blaze das ist ja nicht doch der vorleser wir spielen auf die high auf haben wir schon lange nicht mehr gespielt das ist schon anderthalb jahre her auf der high und hier gibt es keine keine kisten auf der high ist wirklich schwierig was zu finden glaube ich wenn man die maps nicht kennt hier gibt es melonen schön wenn ich will wir kennen die maps gar nicht das ist immer gut ist immer gut ja scheiße scheiße hier war zugrad schon mal oben gibt es nichts weiter oder was ne ich werde ich mit guck mal hier mit lohn abbauen ja dann kann ich wenigstens was zu essen mit ihm das ist schon ganz gut diese musik aber ich hab ein steinschwert hier steht mir in der kiste da war ein steinschwert ja in der kitchen gibt es hier ein paar ja wo ist der blaze der rennt irgendwo rum der ist im dichten fichten dickicht ja genau da kommen hier wieder raus da hier war doch nicht so aus redstone block da drin das aus wo da draußen ist einer da draußen ist einer egal raus hier sind noch in der kisten der richtigen oder normalen kisten gibt es ja hier nicht normale kisten gibt ich habe bisher nur in der kisten gefunden blöder depp bin ich ja wie immer suchen wir kisten da sind wir freunde von wir mögen kisten wenn wir welche finden natürlich dann bist du noch in meiner nähe zufällig überhaupt nicht mehr überhaupt nicht ah das ist eine kiste guck mal was ich finde ein holzschwert immerhin holzschwert da wird eh bald einer mit der schwert auf dich zukommen jetzt kannst du nicht mit mit einem web in die kiste öffnen ohne eisen russ und eine schelte gespielt oder ohne seiner wo ich hab da wen gefunden wenn dann soll ich dir mal hauen ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet ich bin so brutal hi blaze hallo oh diese musik gerade die die macht mich fertig da ist einer komm drauf da kommt du bist nicht mit uns ne doch der läuft über die bäume hallo eingang 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 ein pferd ein pferd wo ein schwein na super ich erinnere erstmal ums haus rum na da ist die kiste ich geh mal hoch und angel immerhin so ich musste hier mal ein bisschen umlegen das zeug achte das zeug da reingeräumt bist du drin zufällen crafting table oder so da hast du schon wieder irgendwas zusammen kriegt das nö aber ich könnte mir weizen machen also hier ein brot machen 1 bis melonen haben wir wollen in dem ersten haus melonen ab 15 millionen willst du hier haben nö im moment ist alles gut okay wir sind auch weiter gerade wenn du rauskommst einfach wieder durch den wald vielleicht eine kiste wurde mit dem wald mit knochen drin geil hier geht es noch nichts leiser kiste macht sie fertig oder lass mich mal läuft steinax besser als eine als ein holzfeld oder möglich dass man es noch immer geben hier hätten hätten oder sowas kann ich auch sowas dann musst du herkommen jetzt ja haha richtung wald und ich bin so weit gelaufen bis ich an der map grenze war in den wald rein hat er hier schon das ganze haus geplündert wieder wollen wie seine haus weiter aber durch wald quer durch renz die musik ist ja auch den namen nirgendwo da ist er gar nichts dann ziehen wir das an und das hier ja mehr habe ich nicht also ich hab noch aber du schwert hast ja schon ja nächstes haus bin ich jetzt ist ein bisschen weiter unten werden sie sowieso bald irgendwann hassen wie kommt man da hinten an die chest ran ach hier muss man ja wirklich in die küche reinlatschen ach so du bist da bist du schon wieder helme haben wir alle schon so mein haus gerannt und gucken wir mal ob hier irgendwo kisten sind ja vielleicht rennt schon wieder weiter klar ja der hat eine kiste gesehen ach so der kiss den schnüffler ist unterwegs hier riecht so nach kisten hier oben sondern nur ein haus kleines komm mal da rein gibt es ja kein eingang so ein kleines haus also so kleine häuser ich hab noch eine eisenkappe übrig ich hab ein steinschwert vielleicht brauchst du noch ein steinschwert ich habe ein steinschwert alles klar gerade gefunden die achse schlechter als das schwert ne ja ich war gleich zwei steinschwerter in der gist deswegen boah da hinten sind ja viele häuser ne alter hier ist hier ist hier ist wasser mhm da unten sind ganz viele häuser alter alter hier ist ganz viel wasser und geht ganz runter ne passt die männer einfach wieder vorrennen und nicht warten ja aber vorrennen muss man doch immer warten also von daher ist die türen schon offen das heißt ich war schon mal hier drin mit sicherheit meinst du ja wenn die türen offen sind ja ich will eben eigentlich noch mal irgendwo sehen zwölf stück ne 11 im moment besser als nix ne ja so da ist rosa drin da ist sunny warum steht im bett wo wir schlafen liegen na aber natürlich das hat mit dir doch nicht oft mit mir doch nicht ja dann schläfst du eben alleine ne ok nur ein schwein schläfst allein wo seid ihr jetzt hin irgendwo hier im dorf da ist ein name ich weiß nicht ist einer von euch ich geh mal hin und schlachte den ah das place na so ein scheiß aber auch ne ja weißt du was mir irgendwie fehlt ja da ist übrigens ein spieler oder ja das ist wieder gut ne der läuft hier irgendwo zwischen den häusern durch wo hast du denn jetzt was kann auch hier da ist sunny ja du weißt ich bin flink und flink unterwegs ich auch ich bin jetzt hier beim bahnhof oder sonst bin jetzt in der mitte da ist ein spieler der kraft ist gerade rum töte ihn was ist wenn er mich tötet töte es bevor es eier legt er schießt wie den bogen auf mich wenn ich wüsste wo wo der bahnhof ist ne ja oh ich renne wieder wieder zurück glaube ich na das ist ein zweiter spieler und dritter und da ist sunny vor mir ich habe gerade hier dagegen gehen ich haue hier ab ich habe keinen bock mehr auf die drei leute in der mitte die sich verprüfen da mache ich nicht mit da macht ihr nicht mit ich bin fast tot gerade das ist das problem ach so ja dann erst mal essen so wo seid ihr denn jetzt immer noch am zeug suchen weißt du so ein bogen wäre schon nice ich habe nur angeln das reicht mir wo sieht der mitte aus die meisten tot scheinbar in der mitte hm ich hätte ne jukebox gefunden ich hab einen gekillt sehr schön du tier ja sag ich dir muss ich mir irgendwo hinstellen weil ich hab so viele items getroppt gekriegt jetzt kann ich was damit soll muss ich mir irgendwo sicherheit stellen dass ich ein bisschen sortieren kann so da ist die tür schon offen da war schon jemand oh das ist ja nice ich upgrade auf eisen ja da auch alles leer hier ne wie kann man nochmal direkt rausschmeißen mit welcher taste Q was Q mit der maus drüber und Q alles ist schon geplündert ja ich weiß gar nicht also sind keine kisten drin oh ich hab mein steinfelsch weggeschmissen gut dass ich noch eins habe so hm Kekse brauche ich immer noch von euch ne Angel oder sowas ne ich bräuchte nen bogen und pfeile ja nen bogen haha aber keine pfeile das wäre episch ich hab auch noch ne shanehose wenn einer braucht oh es wird dunkel es wird dunkel wo was ich hier noch so finde pfeile hab ich jetzt auch und noch nen bogen yay und noch nen bogen vielleicht wo bist du ich hab keinen plan ich hab vor angst im dunkeln kommt einfach zur mitte in der mitte ist die party aua oh nein dein eisen schwert nein 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 geh weg geh weg weg komm ich hier raus komm ich hier raus wow 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 ich muss weg vielleicht wo seid ihr wo seid ihr ich hab keine ahnung wo du bist ich bin auf dem marktplatz irgendwie sind hier ganz viele markt ein markt marktbuden hätte ich jetzt so wo ist er denn jetzt da geht's vielleicht in die richtung ne da hinten ist schon wieder ist schon wieder ende oder müsste eigentlich so ein bisschen in die richtung hier gehen ich feite hier in der mitte aber mach dir ruhig mal halt ja wenn du einfach abhaust ne ich bin jetzt in der kirche wenn er mich sucht ich bin in der kirche ich muss beten er muss beten ich kipp hier über alle bänke drüber alter ey das hier gerade ein fight nein jetzt hat er mich nein ah herrlich 60 sekunden bis zum deathmatch blaze so wie schön jetzt hab ich auf respawn geklickt und jetzt bin ich irgendwo kann euch nicht zugucken packtator ja zu spät respawn war falsch oder irgendwie ne respawnen dann müsstest du direkt als packtator auf der map sein ja aber ich muss frei rumrennen kann ich euch hinterherjoinen das ist doch doof aber ich seh hier die mitte ich glaub hier wird der endkampf stattfinden uuuuuh sehr schön auch wenn es nur vier pfeile sind ah ihr müsst doch in die mitte kommen und kämpfen und nicht so rumtreuen also der hat ein eisenschwert auf jeden fall ne der eine weiß nicht wieviel ihr seid noch wieviel vier hm 20 sekunden bis zum deathmatch ach du scheiße ja du kriegst keinen deers noch mehr zusammen sieben sechs fünf vier ich kacke mir in die hohe zwei eins deathmatch oh jetzt kann ich fliegen oder geht das jetzt schon los ja geht schon los ihr sollt euch auf jeden fall wiederfinden oh ich glaub ich muss jetzt zu meinen Jungs close place hau ihn hau ihn tot boah der leckt wie Sauna oh wir haben verloren ja der andere macht es sich natürlich jetzt einfach mit dem Bogen ne aber egal ne trotzdem wir sind ins deathmatch gekommen jo bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss